So, moin Leute, hier wieder Corga91 oder eben auch Marco, je nachdem wie es euch besser gefällt. Es geht weiter mit Serious Sam 3. Warum war eine etwas längere Pause? Weil ich momentan viel arbeiten muss und keine Zeit so hatte, das aufnahmetechnisch hinzubekommen. Jetzt geht's weiter. Ich hab's inzwischen auch tatsächlich geschafft, mein Headset schon wieder kaputt zu bekommen. Also, ich hab momentan nicht den besten Sound hier, aber zumindest das Mikro sollte noch funktionieren, so wie ich das gesehen hab. Und dann wollen wir uns diesmal hier durch dieses tolle Wege-Labyrinth durchschießen. Stirb! Ey, wie viele sind denn hier? Geht alle sterben. Moment. Ach, da ist noch einer. Ach, da kommen meine Lieblings-Fiecher. Stirb! Hm. Ja, ey. Miese Sache, miese Sache. Mit dem HP, die ich jetzt hab, muss ich bedeutend vorsichtiger spielen. Weil so wird das nix. Stirb. Nein. Nein. Au. Ey, yo. Zieh doch bitte noch mehr ab. Oh, hier ist zumindest ein bisschen was an HP und so. Das ist schon mal... ...ne kleine... ...hilfe, sag ich mal. Oh. Der war schnell tot. Na, geht sterben. Hier kommt noch einer. Wo ist er da? Scheiße! Hier ist auch noch einer. Oh, ey. Wo kommen die denn alle her? Hier ist doch irgendwo ein Nest. Oh, er speichert wieder. Oh. Einer unserer Freunde. Ja, geil. Gefällt mir jetzt aber gar nicht so gut. Oh, tot. Cool. Das ging schnell. Hier ist noch Heilung. Alter, ey. Kannst du hier irgendwo noch ein bisschen mehr Heilung... Oh, nein. Ich erinnere mich. Ich hab mich nämlich letztens mit einem Kumpel zusammen ein bisschen Koop gezockt. Und das hier ist nicht cool. Wtf. Soll ich denn den treffen? Äh, jo. Fair. Ja. Verpisst euch alle, ihr Mistviecher. Fuck. Ah. Oh, ich hab ihn... Ich hab den tatsächlich getroffen. Ich glaub's ja gar nicht. So. So. Und genau deswegen... Wollte ich hier erstmal nicht hingucken. Weil jetzt wird's lustig. Äh, ich wette, ich werd failen, weil... Ich kenn mich selbst zu gut. So. Wir wollen ein bisschen Munition sparen, weil da kommt gleich noch viel mehr. Ja, komm her. Mein Auge. Okay, ich seh schon, das wird so nix. Müssen wir halt die Munition von der Pumpkin doch nehmen. Geht alle sterben, erstmal. So. Hier kam noch irgendwas, ich weiß es, aber ich weiß nicht mehr, was hier noch kam. Ey, das ist... So uncool hier, die Stelle. Das ist so... Wirklich so richtig typisch Series Sam wieder. Nein. Hallo, kannst du mal sterben? Tod, tot. So. Mental drauf vorbereiten, weil jetzt wird's uncool. Heilung. Ja, jetzt spielen wir hier so ein bisschen Ozu. Äh, ne, nicht Ozu. Tohu. Aua. Boah. Alter. Machen die Schaden. Stirb. Und du auch. Boah. Ähm. Ähm. Unschön. Geht ihr alle sterben? Ja, man sieht eigentlich nix mehr, außer... Boah. Stirb ab. Geh weg! Wie viel kommt da denn noch? Das war letztes Mal weniger. Viel weniger. Bam. Döp, 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 döp. Fuck. So. Ich glaub, das waren jetzt echt alle erst mal. Ich hoffe es. Weil, wenn das immer noch nicht alle waren, na dann, gute Nacht, ey. Die haben mir gut Schaden gemacht, aber ich hab relativ viel HP wieder aufgesammelt, würde ich fast sagen. Und ich find's immer noch sehr störend, dass man, wenn man rennt, nicht nachladen kann. Das ist irgendwie, hm. Kleiner Fehler, würde ich sagen. Oder dumm gemacht, sagen wir's so. So. Er lädt wieder. Stirb. Was machst du hier so weit vor mir? Stirb. Und du erst recht. Nöp. Das war's schon? Hier hatte ich auch mehr in Erinnerung. Irgendwie. Oh. Alter. Äh. Cool. Ich hab das Spiel gebackt. Das muss man auch erst mal hinkommen. Der ist durch die Wand gerannt. Und ich glaub's nicht. Wie cool ist das denn? Der hat tatsächlich zu Spiel gebackt. Äh. Ja, normalerweise hätte er mich jetzt hier ziemlich drangsalieren müssen, aber gut. Wer nicht will, der hat schon. Äh. Die da wollte ich. Du stirbst und du stirbst Also für alle die gefragt hatten Die Munition ist Unbegrenzt bei der Pistole Das war eigentlich schon fast immer so Weil die eh nicht viel Schaden anrichtet Aber zumindest für die kleinen Pissfächer hier reicht das Au, au Ah, lol Steht einer hinter mir Ich glaub's geht Du stirbst Aua Ach, stimmt Hier kam ja auch wieder welche von denen Oh, er speichert wieder Hier kam doch noch was Wo ist das? Stirb Okay, die mach ich aber jetzt nicht alle so kaputt Fuck, da hatte ich jetzt nicht dran gedacht Und damit hat der nicht gerechnet